Ein maximales Abfluggewicht von 21 Tonnen. Diese Norbertlass ist die letzte, die es weltweit noch gibt, die 141 Stücke waren in diesem Flugzeug produziert. Und nun im Langsamflug. Der hat eine Verletzung am Fuß. Genau. Der hat eine Verletzung am Fuß. Der hat eine Verletzung am Fuß. Und jetzt zu einem taktischen Manöver. Dieses Flugzeug kann natürlich auch auf sehr kurzen Plätzen landen. Das ist jetzt eine Demonstration. Schauen Sie mal in den steilen Anflugwinkel. Angepeilt auf die Harnweide. Also sehr steile Anflüge mit diesem 21 Tonnen schweren Flugzeug. Knapp 4100 PS. Leiste Bleiball. Vollgas. Im Reiseflug gönnt sich das Flugzeug knapp 600 Liter Schmiff pro Stunde. Und jetzt legt der St. Rambach hinten sie zurück. Er sagt Danke, dass er hier sein durfte. Wir sagen Danke für die Vorführung, für dieses tolle Flugzeug. Und vom Kunden haben Sie Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.